Nun, ich bin als politischer Analyst tätig und als solcher interessieren mich natürlich die strategischen Grundsatzfragen der Standortpolitik. Im Rahmen dieser Standortpolitik muss man feststellen, dass seit längerer Zeit versucht wird, unser Land, unsere Wirtschaft umzumodeln, zu beeinflussen nach Konzepten, die eigentlich sozialistische Konzepte sind und von der zum Beispiel Friedrich August von Hayek, ein späterer Wirtschaftsnobelpreisträger, schon 1944 in dem Buch Der Weg zur Knechtschaft gewarnt hatte. Das besondere Merkmal dieser neuen Form des Sozialismus ist, dass die eigentliche Grundidee, nämlich die Kontrolle über die Wirtschaft zu gewinnen, jetzt plötzlich verbrimt wird mit der Botschaft, dass dadurch in irgendeiner Art und Weise der Planet gerettet werden könnte und müsste. Und wir erinnern uns, es gab in den letzten Jahrzehnten, zum Teil noch vor ihrer Geburt, wenn ich das so sagen darf, gab es Kampagnen, wie beispielsweise die Rettung vor dem Ozonloch, die Rettung vor dem Waldsterben, die Rettung eben jetzt vor dem Weltklima oder was im Augenblick gerade erwog ist, die Rettung für irgendein Virus. Und jedes Mal ist es so, dass der Bevölkerung gesagt wird, liebe Leute, ihr müsst da und da und da verzichten. Ihr müsst euren Wohlstand aufgeben, damit jetzt wir, die Politiker oder die Medien oder die Wissenschaft oder wer auch immer, jetzt diese Rettung durchführen können. Und das ist das, was mich interessiert. Das Weltklima ist eigentlich für mich irgendwo so ein Teilbereich, den ich eben jetzt mit meinen entsprechenden Fachkollegen beziehungsweise mit entsprechend herangezogenen Wissenschaftlern abdecke. Dieter Wern? Dieter Wern für das Thema Klima, beispielsweise der leider 2014 verstorbene Professor Gerhard Gerlich aus Braunschweig, sein Co-Autor und guter Freund von mir, Dr. Ralf Zeuschner, den Sie, wie ich gehört habe, ja wohl auch noch besuchen werden. Es ist der Ingenieur Heinz Thiemer aus Karst. Es ist der leider nach Alaska ausgewanderte Professor Gerhard Kramm, ursprünglich Kölner, dem es hier zu bunt geworden ist, mit seiner Frau gemeinsam ausgewandert ist nach Fairbanks, dort, wo es kalt ist. Und es sind hier aus München Dr. Ralf Dlugi, der eben Co-Autor ist von dem Professor Kramm. Es ist der Diplomphysiker Michael Zelger, um nur jetzt mal die Wesentlichsten zu nennen. Natürlich gibt es mehr, aber das sind eigentlich die, die das Kerndogma, auf das was wir nachher noch kommen werden, tatsächlich zerschlagen haben. Bei dem Klimawandel ist das Problem, dass die Begriffe völlig unklar sind. Lassen Sie mich das ganz kurz an einem leicht verständlichen Beispiel erläutern. Viele Menschen in Deutschland sind enorm fußballinteressiert und wenn ein großes Länderspiel ist, dann sitzen Millionen von Menschen vor dem Fernseher. Bei dem Weltmeisterschaftsendspiel gegen Argentinien vor einigen Jahren, da waren es 35 Millionen Menschen, die hier wie gebannt vor dem rechteckigen Apparat gesessen haben. So und jetzt in der 113. Minute, damals bei diesem Spiel, schoss ein Mensch, an den sich heute niemand mehr erinnert, an Mario Götze, den Ball irgendwo über die Linie. Und zeitgleich, überall in Deutschland, schrien die Menschen Tor. Die Frage ist, warum haben die alle Tor geschrien? Die haben deshalb Tor geschrien, weil sie eine Situation sahen und jetzt ein Regelwerk im Kopf hatten, aufgrund dessen sie beurteilen konnten, dass hier jetzt etwas wichtiges, spielentscheidendes geschehen war. Jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage. Wie ist denn das jetzt mit dem Klimawandel? Wenn ich jetzt überprüfen wollte, ob ein Klimawandel stattfindet, dann müsste ich Kriterien haben, an denen ich prüfen kann, und zwar in einem meteorologischen Datenpaket, ob ein Klimawandel stattfindet oder ein Nicht-Klimawandel. Und erstaunlicherweise, und wir sind die Ersten, die 2010 da drauf gekommen sind, ist eine solche exakte, abgrenzungsscharfe Definition gar nicht da. Ich habe 2010 verschiedene Ministerien angeschrieben, sowohl in Berlin, in München, in Wien, und habe darum gebeten, dass man mir mal die Definition schicken möge, mit der man eben einen Klimawandel von einem Nicht-Klimawandel abgrenzt. So, und eine solche Definition gibt es interessanterweise nicht. Das bedeutet, die Aussage, die Behauptung, gerade herrscht Klimawandel, ist überhaupt nicht wissenschaftlich überprüfbar. Und damit kommen wir jetzt in einen Themenbereich hinein. Ich hatte vorhin schon den Hayek als Österreicher, Ex-Österreicher zitiert. Ein zweiter Ex-Österreicher ist Karl Popper, der als Wissenschaftsphilosoph maßgeblich dazu beigetragen hat, unser heutiges Verständnis von Wissenschaft zu prägen. Und Karl Popper sagt, die Grundlage der Wissenschaft ist eigentlich die Falsifikation. Das heißt, die Überprüfung einer Aussage dahingehend, ob sie eben jetzt möglicherweise nicht stimmt. Popper sagt, und zwar, wie ich glaube, auch zu Recht, es ist viel, viel leichter zu beweisen, dass etwas falsch ist, als wirklich den endgültigen Beweis zu führen, es wäre richtig. Wenn ich also jetzt nach Popper eine Aussage überhaupt als Wissenschaft akzeptieren soll, dann muss die Aussage klar formuliert sein und vor allem müssen dann die Begriffe klar sein. Wenn ich aber nicht weiß, was genau Klimawandel ist, dann fällt die Wissenschaftlichkeit raus. Das heißt abschließend, die Behauptung, gerade herrscht Klimawandel, sie ist nicht überprüfbar, mangels Definition und damit steht sie außerhalb der Wissenschaft. Wir betrachten das Ganze als ein esoterisches Axiom, also eine Grundlage einer Glaubenslehre. Es ist keine wissenschaftliche Aussage. Warum genau daraufhin ausgegangen wird, ist schwierig aufzuklären. Es ist so, dass das gesamte Denkgebäude, dass das CO2 jetzt einmal die Erde erwärmt und dass eben jetzt durch menschliche Aktivität der CO2-Anteil in der Atmosphäre wesentlich Anstiege aus verschiedenen Ursprungsannahmen beruht, die, wie wir dann nachher noch sehen werden, zum überwiegenden Teil gar nicht stimmen, aber die dann irgendwann ins Gespräch kamen und durch ein Geflecht von Interessen. Es ist so gewesen, dass diese Annahmen, obwohl sie eigentlich widerlegt waren, zum Teil schon seit über 100 Jahren, trotzdem es geschafft haben, zum Teil eines Denkgebäudes einer religionsähnlichen Glaubensvorstellung zu werden, der heute eben sehr, sehr viele Menschen anhängen. Der zweite Teil der Frage, warum stimmt das nicht? Der Kernpunkt der gesamten Denkwelt vom CO2-Klimawandel ist, dass das CO2 und andere infrarotaktive Gase, die das Marketingetikett Treibhausgase bekommen haben, unseren Planeten in irgendeiner Art und Weise erwärmen. Es ist aber Tatsache, und jeder Meteorologiestudent lernt das schon in den allerersten Einführungsstunden, dass ein bestimmter Energiefluss existiert, der folgendermaßen aussieht. Die Sonne strahlt auf den Erdboden und erwärmt diesen. Der Erdboden nimmt höhere Temperaturen an als ohne Sonneneinstrahlung und aufgrund dieser entsprechend erhöhten Temperatur gibt er jetzt Wärme an die Atmosphäre ab. Umgekehrt ausgedrückt heißt das, die Atmosphäre kühlt den Erdboden. Und jetzt fragen wir uns, wenn seit vier Milliarden Jahren, seit die Erde existiert, der Erdboden die Atmosphäre wärmt, warum ist sie dann immer noch kalt? Die einfache Antwort darauf ist folgende. Es ist die Atmosphäre, die jetzt die Energie ständig ins Weltall befördert. Und deshalb kann die Atmosphäre den Erdboden kühlen, weil sie nämlich in der Lage ist, die Energie selbst loszuwerden und abzustrahlen. Und das bedeutet, weil in der Atmosphäre nämlich außer den sogenannten Treibhausgasen gar nichts drin ist, was strahlen kann. Abgesehen ist von einem winzigen Anteil, der jetzt noch auf Aerosole geht, also auf Tröpfchen außer Wasser und auf irgendwelche Staubpartikel. Dass die kühlende Wirkung der Atmosphäre kommt, weil die Treibhausgase sie kühlen. Die Treibhausgase kühlen also die Erde und wenn sie sie kühlen, können sie sich nicht gleichzeitig erwärmen. Das bedeutet, das gesamte Denkgebäude beruht darauf, dass man die die naturwissenschaftlichen Fakten einfach umdreht. Da gibt es eine größere Mehrzahl von Argumenten. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie einfach verständlich die auch in vielen Fällen sind und wie wenig eben zum Beispiel die Medien bereit sind, darauf überhaupt einzugehen. Der erste und wichtigste Punkt, wenn wir überprüfen wollen, ob es einen Treibhauseffekt gibt, müssen wir uns jetzt eben eine klare Beschreibung suchen, wie eigentlich dieser Treibhauseffekt funktionieren soll. Und erstaunlicherweise gibt es nicht eine solche Beschreibung, sondern es gibt viele. Die Physiker Gerlich und Scheuschner, die ich vorhin schon erwähnt habe, haben also bei ihrem großen Falsifikationspapier ihrer Studie 2007 in der Vorbereitung mehrere Dutzend solcher Beschreibungen entdeckt. Es gibt einen amerikanischen Wissenschaftler Nassif Nahle, der über 60 entdeckt haben will. Und alle diese entsprechenden Beschreibungen sind unterschiedlich. Das heißt, sie beschreiben oder sie behaupten Mechanismen der Physik, die sich eben unterscheiden, die sich zum Teil auch gegenseitig ausschließen oder zumindest widersprechen. Das heißt, die sogenannten Klimaforscher haben es bis heute nicht geschafft, uns eine Version eines solchen angeblichen Treibhauseffektes zu präsentieren, die jetzt die verbindliche sein soll. Man findet also viele Beschreibungen und offensichtlich kümmert sich überhaupt niemand darum, dass das so ist. Der nächste Punkt ist, dass jetzt, wenn also das eine physikalische Beschreibung sein soll, die einzelne, die ich mir jetzt aus diesen vielen Dutzend rauspicke, dann müssten wir jetzt eine oder mehrere Gleichungen finden, weil die Physiker eben ihre Erkenntnisse immer in Gleichungen, in Formeln niederschreiben. Und die müssten eben jetzt genau diesen Wirkungsmechanismus nachvollziehen, sodass man eben dann mathematisch nachrechnen kann. Erstaunlicherweise gibt es aber zu keiner dieser Beschreibungen jetzt einen passenden Satz von Gleichung. Zu keiner. Sondern es wird auf eine ganz andere Gleichung Bezug genommen, die jetzt aussagt, wie eben angeblich das Ganze, zu welchem Erfolg oder zu welcher Wirkung das Ganze führen soll. Es wird in eine Temperatur behauptet, die die Erde angeblich hätte, wenn es eben jetzt diese sogenannten Treibhausgase nicht gäbe. Das heißt etwas ganz anderes. Also wir stellen fest, wir haben viele Beschreibungen, keine Gleichung, Entschuldigung, keine von den Beschreibungen erfüllt, aber die Bedingung einer physikalischen Hypothese, dass sie überhaupt eben konkret und präzise durch solche Gleichungen beschrieben ist. Es ist schwierig, vollkommen richtig, in der Natur Dinge zu messen, festzustellen, wo eben jetzt viele naturwissenschaftliche oder natürliche Prozesse ineinander wirken. Denken wir etwa an alle Prozesse, die das Leben ausmachen. Das ist ungeheuer schwierig, in diesem Bereich eben jetzt einzelne Zellen oder einzelne Gewebe, Organe oder eben jetzt auch bestimmte chemische Agenzien zu identifizieren, die jetzt irgendetwas bewirken. Trotzdem ist unsere Forschung in der Lage, hier ständig und gewaltige Fortschritte zu machen, was sich ja etwa in den gewaltigen Fortschritten der modernen Medizin zeigt. Was jetzt diesen angeblichen Treibhauseffekt angeht, so müsste man diesen Treibhauseffekt, weil er so enorm große Auswirkungen haben soll, wie das immer behauptet wird, um 33 Grad soll die Erde wärmer sein, weil eben dort infrarotaktive Gase in der Atmosphäre sind, dann müsste man das im Labor irgendwie zeigen können. Und es gibt keinen Laborbeweis, wo wirklich ein Treibhauseffekt bewiesen wird. Es gibt auch keine Messung, keine Beobachtung in der Natur, die tatsächlich beweisen würde oder zumindest, um im popperschen Sinne zu bleiben, zumindest eben in einer Form, die nicht sofort falsifiziert werden kann, aufzuzeigen, dass eben jetzt eine solche Wirkung überhaupt existiert. Dazu ein interessanter Vergleich. Es gibt in einer Form eine Messung tatsächlich. Wir können gucken, welche Höchsttemperaturen wir eigentlich auf der Erde haben. Und diese Höchsttemperaturen, die finden wir in der Sahara und dort sind also in der Spitze Temperaturen von 83 Grad ungefähr gemessen worden. So, jetzt haben wir aber einen Begleithimmelskörper, der eben jetzt den gleichen Abstand zur Sonne aufweist wie die Erde und der aber keine Atmosphäre hat, wo also keine Treibhausgase da wären, die jetzt eben den Planeten zusätzlich aufwärmen oder diesen Himmelskörper zusätzlich aufwärmen könnten. Und das ist unser Erdmond. Der Erdmond ist nur 370.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist etwas, was vor der letzten Viruskrise ein Lufthansa-Pilot, der im Amerika-Einsatz war, in wenigen Wochen abgeflogen hat. Das heißt, der Mond ist eigentlich uns relativ nah, hat aber eben die Atmosphäre nicht. So, wir müssten also jetzt nach dem Dogma auf dem Mond Temperaturen haben, weil ja dort keine Treibhausheißung stattfindet, die also wesentlich niedriger sein müssten auf der Erde. Wenn Sie also 83 Grad als Höchsttemperatur des Mondes leben, dann wäre die Höchsttemperatur, die 83 Grad als Höchsttemperatur der Erde, dann müsste die Höchsttemperatur auf dem Mond irgendwo bei 50 Grad sein, nämlich die 83 Grad minus die 33 Grad, die angeblich sich die Erde erwärmt. Das ist zwar nur eine ganz grobe Daumenrechnung, aber um mal in die Denküberlegungen einzusteigen, reicht es. So, die Höchsttemperaturen auf dem Mond liegen aber nicht bei 50 Grad, sondern sie liegen bei 137. Das heißt, sie liegen nicht etwa niedriger als bei uns, sie liegen viel, viel höher. Und das belegt das, was ich eingangs gesagt habe, wir haben eben die Atmosphäre, die bei uns die Oberfläche kühlt. Deshalb wird es in der Sahara nicht viel heißer. Oder nicht heißer als die 83 Grad, was schon heiß genug ist. Auf dem Mond ist die Kühlwirkung der Atmosphäre nicht da, weil die Treibhausgase nicht da sind, die sie kühlen könnten. Also wir sollten uns vielleicht als allerersten Einstieg in diese Frage die Größenordnung klar machen, in der wir als einzelne kleine Menschen eigentlich der Natur gegenüberstehen. Und zwar ist es sehr interessant, sich mal auszurechnen, wie groß eigentlich der Luftanteil ist pro Mensch. Unter der Annahme werden 7 Milliarden Menschen auf der Welt und wie groß eigentlich der Wasseranteil pro Mensch ist. Der Luftanteil pro Mensch beträgt bei 7 Milliarden Menschen 763.000 Tonnen, in denen natürlich sich dann auch CO2 befindet. Der Wasseranteil pro Mensch, der beträgt nicht weniger als 200 Millionen Kubikmeter. Und 200 Millionen Kubikmeter, das wissen hier die Oberbayern oder auch nicht, das entspricht ungefähr dem Wasservolumen des Kochelsees, da im Voralpengebiet, oder dem Wasservorrat der Edertalsperre, wenn sie zu 90 Prozent voll ist, oder ziemlich exakt genau dem der Ruhrtalsperre in der Nähe von Aachen. Das heißt, es ist eine ungeheure Wassermenge, die auf jeden Einzelnen kommt und der Wasseranteil und die Atmosphäre obendrüber, die stehen jetzt ja in ständigem Gasaustausch. Das bedeutet, alle Gase, deren Moleküle treten ständig von der Luft aus an der Grenzschicht ins Wasser über bzw. zurück, wodurch sie dann eben bestimmte statistische Effekte ergeben. Und das heißt, dass eben eine ganz bestimmte Menge, das in dieser Gesamtmenge vorhandenen CO2 in der Luft befindet, aber ein viel, viel größerer Teil, nämlich etwa das 50-fache, verschwindet eben dann im Ozean. Das bedeutet nun Folgendes. Wir sind in einer geografischen Zone, die als Westwindzone bezeichnet wird. Das heißt, die Luftmassen, die wir jetzt also mit Klimaschutz beeinflussen wollen, da wir das CO2 mindern wollen, indem zum Beispiel die Kinder losgeschickt werden, im Rahmen ihrer Klasse Bäumchen zu pflanzen. Sie müssen sich das vorstellen, das Kind pflanzt also ein Bäumchen, ist stolz darauf, es hat zum Klimaschutz beigetragen. Aber dieses Kind ist verantwortlich für 763.000 Tonnen Luft und 200 Millionen Kubikmeter Wasser, die jetzt das CO2 austauschen, das jetzt entweder freigesetzt oder gespart wird, wo also nichts Messbares dabei rauskommt, solange dieses Kind oder später als Erwachsener überhaupt lebt. Egal, reiner Symbolismus, religionsähnlich, stellen wir das beiseite. Wasser löst CO2 besonders gut und setzt es dann, wenn die physikalischen Umgebungsbedingungen sich ändern, auch schnell wieder frei. Und das kann man wunderbar beobachten, wenn man mal in seine Lieblingskneipe geht und sich ein Bier zapfen lässt und beobachtet, was passiert. Das CO2, Entschuldigung, das Bier strömt ins Glas und sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen bildet sich eine große Menge Schaum. Das ist CO2 und ich vereinfache jetzt den chemischen Hintergrund, um jetzt nicht noch mehr da reinzupacken. Das CO2 kommt also aus dem Bier raus sehr schnell. Warum? Weil vorher in der Zapfanlage das Bier unter einer reinen CO2-Atmosphäre stand, die war auch noch unter Druck. Das heißt, das CO2 wurde also in das Bier förmlich hineingedrückt, wo es sich dann chemisch eben anders umgesetzt hat. Aber jetzt, nachdem sich die Umgebungsbedingungen in der Luft ändern, wird, um ein neues Gleichgewicht zu erreichen, CO2 aus dem Bier mit großer Geschwindigkeit herausgedrückt. Diese Dinge, natürlich etwas langsamer und weniger leicht beobachtbar, weil sich auf dem Meer eben wenig CO2-Schaum bildet, beobachten wir im Meer aber auch. Die kalten Ozeane nehmen ständig, deshalb, weil dort Wasser sich abkühlt, CO2 auf. Und zwar in einer vielfachen Menge dessen, was der Mensch überhaupt freisetzen kann. Die warmen Ozeane, dort wo kalte Meeresströmungen dann nach oben kommen und dort das Wasser sich dann anwärmt, die geben in gewaltiger Menge CO2 ab. Das heißt, wir haben Stofftransporte einmal durch die Luft. CO2-reiche Luft strömt in die Arktis, in die Antarktis und wird dort von dem dort sich abkühlenden Wasser entsprechend übernommen. Das heißt, CO2, das erst in der Luft war, geht ins Wasser über. Im Meerwasser sind aber eine ungeheure Vielzahl von Organismen, die CO2 aufbrauen und die dann die Schalen bilden und die dann, wenn sie absterben, ohne vorher gefressen worden zu sein und ihren Kalk, den sie gebildet haben, damit eben an andere Lebewesen weiterzugeben, dann werden sie eben dort am Meeresboden Sedimente bilden und dort wird CO2 gebunden. In den Alpen beispielsweise haben wir kilometerhohe Schichten aus Kalk. Und Kalk ist nichts anderes als gebundenes CO2, das früher im Meer war und davor in der Atmosphäre. CO2 verschwindet also im erdgeschichtlichen Ablauf aus der Luft. Und es ist so, dass wir erdgeschichtlich gesehen an einem Tiefpunkt stehen, der CO2-Versorgung, während wir für unsere Pflanzen eigentlich dringend viel mehr CO2 in der Luft bräuchten. Als Nahrung für Pflanzen. Die allgemein übliche Behauptung, dass der Mensch also den CO2-Anteil in der Atmosphäre bereits erhöht hat und das also immer größere Formen annimmt, kann so nicht sein, weil die Natur dann auf so etwas mit einem höheren CO2-Verbrauch reagiert. Die Meere nehmen mehr auf, geben weniger CO2 ab, Lebewesen können mehr CO2 entsprechend binden und am Schluss sedimentiert einiges von dem CO2 eben in neuen Schichten des Meeresbodens. Würde das Meer wärmer, würde es nicht mehr so viel CO2 aufnehmen und es würde es abgeben. Nun ist es so, diese geochemischen Fragen, bei denen wir jetzt angekommen sind, haben für die Darstellung gegenüber unseren Zuhörern, den Menschen draußen, einen großen Nachteil, das sich nämlich in diesen geochemischen Prozessen eigentlich niemand auskennt. Das heißt, wir würden jetzt gezwungen sein, in einen Aufklärungsprozess hineinzugehen. In meinem Unternehmen befassen wir uns nicht nur mit diesen Klima- und Energiefragen, die Sie ja gesehen haben. Wir haben auch lange daran gearbeitet, mal über ein komplett neues Gymnasium nachzudenken. Und wir haben uns gefragt, was machen die am Gymnasium eigentlich? Und weil eben den Gymnasiasten auch diese Thematik Klima, die ja unser anderes Interessengebiet auch ist, eingetrichtert werden, habe ich also das Bayerische Kultusministerium angeschrieben vor einigen Jahren und habe jetzt nachgefragt, und zwar bei der Verantwortlichen für das Fach Chemie, wo eigentlich jetzt im Chemieunterricht der Bayerischen Eliteschule die ozeanchemischen Prozesse erläutert werden. Der Hintergrund war, dass also im Bayerischen Lehrplan drin stand und wahrscheinlich immer noch drin steht, dass die Schüler lernen sollen, dass durch menschliches Zutun der CO2-Anteil der Luft ansteigt. Und wenn ich das jetzt wirklich beurteilen will und die Kinder nicht nur Glaubensnachbeter, sondern eben jetzt wirklich wissenschaftlich denkende junge Menschen werden sollen, dann müssten sie eben in der Lage sein, darüber nachzudenken und das zu hinterfragen. Die Antwort war, wie erwartet, dass im Bayerischen Lehrplan für das Gymnasium im Fach Chemie überhaupt nichts über Ozeanchemie vorkommt. Das heißt, es wird also die Aussage, der Mensch verändert den CO2-Gehalt der Luft, als Glaubenssatz vermittelt, ohne dass die eigentlich wichtige Kernwissenschaft darunter, eben die Ozeanchemie, auch nur mit einem Wort behandelt wird. Also bei den Polen sieht es so aus, dass durch die Schrickstellung der Erdachse auf der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, das dazu führt, dass wir eben ausgeprägte Jahreszeiten in den Polarregionen haben und zwar dahingehend, dass wir eben eine Polarnacht haben, die einige Monate dauert und wir haben einen Polartag, an dem jetzt die Erde, die Sonne überhaupt nicht untergeht, ebenfalls für einige Monate, wobei die Frage, wie lange diese Zeitphase dauert, eben davon abhängt, an welchem Breitengrad sie sich befinden oder wie weit sie vom Pol entfernt sind. In der Polarnacht schmelzen gigantische Ozeanflächen zu. Es bildet sich also Meereis. Und im Polarsommer, am Polartag, schmelzen diese gigantischen Flächen wieder. In der Arktis ist die Fläche, die also variabel ist, ist ungefähr das 22-fache der Fläche Deutschlands. In der Antarktis ist die Fläche, die variabel ist, also die im Winter mit Meereis bedeckt ist und im Sommer eisfrei, sogar das 40-fache der Fläche Deutschlands. Das sind also gigantische Ausdehnungen. Der Bevölkerung wird immer gezeigt, Bilder, wenn also das Eis auf dem Meer gerade taut. Und es ist absolute Funkstille, wenn eben alles gerade wieder zufriert. Gletscher sind bewegliche Eisreservoare. Das heißt, es schneit über den Eisflächen, über den Gletschern, egal ob das jetzt Grönland ist, ob das die Baffin-Insel ist mit ihrer viel kleineren Vergletscherung oder eben die riesige Antarktis. Die riesige Antarktis nebenbei ist die größte Trockenwüste, die wir eben auf der Welt haben, mit einem Niederschlag im Inneren von nur einem halben bis einem Zentimeter pro Jahr. Aber sei es drum. Dort haben wir also Eis und dieses Eis oder dieser Schnee, der dort fällt, drückt durch sein eigenes Gewicht sich zusammen, wird zu Eis. Und dieses Eis ist aber nun nicht wirklich fest, so wie ein Fels fest wäre, sondern es ist plastisch. Das heißt, die Kristallstruktur des Eises verändert sich unter ihrem eigenen Druck. Das Eis fließt also. Und zwar fließt also Gletschereis eben an den großen Eisschilden mit Geschwindigkeiten von 2 bis zu 15, 16 Metern pro Tag. So, damit bilden sich Gletscherzungen, die sich eben jetzt ins Meer hinausschieben. An Bergen, die jetzt also praktisch zur Küste hin abfallen, bilden sich auch Eismassen. Und hin und wieder bricht also Eis herunter. Und wenn also ein Kamerateam letztlich gemietet, bezahlt wird und dorthin gestellt, können die also immer wieder alle paar Tage irgendwann einen Eisabbruch feststellen, können den wunderschön filmen. Und dann wird gesagt, das ist der Klimawandel. Weil das ist ein ganz normaler, physikalisch unbedingt notwendiger Prozess, dass sich eben Eis bildet durch die Niederschläge. Das Eis fließt ab in Richtung Küste und irgendwo brechen jetzt Eisstücke ab und fallen in den Ozean. Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal ist klar, wenn die Menge an Energie, die jetzt den Ozean erreicht, größer wird, dann werden die Temperaturen der Ozeane irgendwann ansteigen. Und angeblich haben sie das ja getan. Das führt uns dazu, ein ganz interessantes Phänomen, beziehungsweise ein ganz interessantes Versagen der Medien aufzuzeigen. Die Medien sagen uns nämlich ständig, dass die Ozeane sich erwärmen. Aber wenn Sie jetzt mal diese entsprechenden Äußerungen, egal in welcher Zeitschrift oder Zeitung oder in welchem öffentlich-rechtlichen Sender Sie das nachverfolgen, so gut wie nie, bekommen Sie eine Zahl genannt, um wie viel Grad denn jetzt die Ozeane tatsächlich wärmer geworden sein sollen. Die letzte große Kampagne zum Thema Ozeanerwärmung hatten wir jetzt Anfang des Jahres, irgendwann im Januar. Da ging das wieder durch alle Blätter. Ich habe dann eben gezielt nachgeguckt, wo steht jetzt eigentlich das Temperaturdelta? Um wie viel hat sich denn jetzt die Temperatur der Ozeane erhöht? Und nur in einer einzigen Quelle, nämlich dem Spiegel, dort konnte ich entnehmen, wie groß diese Ozeanerwärmung jetzt in den letzten 30 oder 40 Jahren gewesen sein soll. So, und der Spiegel sprach von 0,1 Grad. 0,1 Grad soll also die Ozeanerwärmung gewesen sein. Und das wissen wir alle, der Ozean ist ja nun riesengroß. Das heißt, jetzt muss man sich die Frage stellen, wo sind überhaupt Messgeräte? Und zwar in verschiedenen Höhenstufen auch noch, mit denen ich dann anschließend Werte hätte, um eine Aussage zu treffen über das gesamte Weltmeer und die gesamte, das gesamte Temperaturfeld, also die vielen, vielen Einzelwerte, die man sich vorstellen muss oder eben über einen irgendwie gradeten Durchschnitt. Es sind solche Daten, die jetzt eine tatsächlich ernsthafte Meereserwärmung darlegen würden, offensichtlich nicht vorhanden. 0,1 Grad ist fast nichts. Und eine solche Aussage letztlich aufgrund des Fehlerrauschens, mit dem wir rechnen müssen, gerade wenn wir wenige Messpunkte haben, die Messmethoden verändert wurden in den Jahrzehnten durch den technologischen Fortschritt, sind diese Aussagen gar nicht machbar. Die Eisflächen in den Polargebieten sind variabel. Man muss wissen, dass sie von verschiedenen Faktoren abhängen. Temperaturen vor Ort sind das eine. Es geht aber auch darum, wie sind eigentlich die Meeresströmungen. Tragen sie in einem Jahr besonders viel warmes Wasser aus den gemäßigten Breiten jetzt in die Polarregionen ein, dann wird dort also möglicherweise ein Eisrückgang da sein. Verlagert sich das Ganze. Wir haben im Südpolargebiet ja die Situation, dass dort eben ein Kontinent da ist, als Basis des noch größeren antarktischen Eisschildes. Während wir im Nordpolarmeer Inseln haben, aber ansonsten eben riesige Ozeanflächen, wo eben diese Eisflächen auch irgendwo verschiebbar sind. Und wir haben Winde, wir haben Stürme, die dort eben Eisflächen verschieben. Es ist also keine Naturgesetzlichkeit, dass also zum Beispiel der Nordpol, unter dem mehrere tausend Meter Wasser liegen, dass der also ständig mit Eis bedeckt sein müsste. Es kann genauso gut sein durch natürliche Abläufe in diesem einen speziellen Jahr, dass der Nordpol irgendwann mal Tage oder Wochen eisfrei ist, aber dann wieder zufriert. Ich glaube, dass eine Grundproblematik dabei ist, eigentlich zu entstehen oder aufgebaut wird, gerade an unseren Schulen, indem man eben jetzt den Menschen, auch den Kindern bereits beibringt, die Natur wäre irgendwie fix und die Natur müsste einen Normzustand haben, um dann eben anschließend behaupten zu können, bei irgendeiner Abweichung von diesem vermeintlichen Normzustand, dass wir in großer Gefahr sind. Der Deutsche Wetterdienst, eine Bundesoberbehörde mit 1600 Mitarbeitern, scheint sich also in den letzten Jahren nur noch darauf zu kaprizieren, irgendwo in Datenbanken die wildesten Temperaturrekorde herauszusuchen, die angeblich jetzt gerade erzielt worden wären, anstatt eben seine Arbeit zu machen und eben jetzt die Pflegerei oder die Landwirtschaft oder ähnliche mit vernünftigen Prognosen darüber zu versorgen, wie das Wetter eben in den nächsten Tagen oder Wochen werden könnte. Hier wird politische Steuerung betrieben, so wie es den Anschein hat. Das, was aber wirklich gezeigt werden müsste, wie sich die Natur tatsächlich verhält insgesamt, dass die Natur eben große Schwankungen aufweist, das wird nicht gesagt. Ich hatte vorhin im Zusammenhang mit dem Professor Kramm, der ja zu den Hauptkritikern auch gehört, dessen neuen Umzugsort oder Wohnort in den USA genannt, nämlich Fairbanks Alaska. In Fairbanks Alaska ist es nach Kramms Aussagen so, dass die tiefste jemals gemäßte Temperatur bei minus 63 Grad lag, die höchste Temperatur lag bei plus 37 Grad. Dazwischen haben Sie eine Spanne von genau 100 Grad. Wenn Sie aber 100 Grad Temperaturunterschied haben, dann ist es nicht so, dass da also irgendwo eine ganz bestimmte Normaltemperatur herrschen müsste. Das ist einfach unterschiedlich. An meinem Wohnort hier in Oberhaching hatten wir vor einigen Jahren am Heiligabend mittags eine Temperatur von plus 20 Grad. Hätten die Windsysteme sich in dieser Zeit etwas anders dargestellt, hätten wir also statt der warmen Luft, die hier sich bilden und hier aufheizen konnte, Polarluftzustrom gehabt, irgendwo über Skandinavien hinweg und Polen dann hierher. Dann hätten wir Temperaturen von minus 20 Grad, vielleicht auch minus 30 Grad haben können. Es gibt also nicht die Durchschnittsnormaltemperatur, die man irgendwie berechnen könnte und die jetzt eingehalten werden muss. Und genau so ist es mit dem Eis auch. Das Eis ist eben, dessen Ausdehnung ist eben von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Wenn Sie wollen, ja. Erderwärmung ist hier ein Phänomen, das sich orientiert an dem physikalischen Wert der Temperatur. So, die Temperatur eines Körpers, eines Gegenstandes, egal ob das jetzt hier das Glas Wasser ist oder ob es jetzt die Kamera ist, richtet sich nach dem in diesem Gegenstand vorhandenen Energievorrat. Wenn dieser Energievorrat zunimmt, steigen die Temperaturen, nimmt der Energievorrat ab, und das ist jetzt natürlich physikalisch eine kleine Vereinfachung, aber sei es drum, nimmt der Energievorrat ab, werden die Temperaturen fallen. Die Temperaturen, die der Meteorologe misst, also die Temperaturen des untersten Luftbereiches, sind nun entscheidend beeinflusst davon, wie viel Sonnenenergie von der Sonne aus zum Erdboden durchkommt. Und dadurch, dass die Sonnenleistung mehr oder weniger konstant ist, Sie haben nur eine ganz winzige Schwankung der Sonnenleistung im Promillbereich, die für die meteorologischen Verhältnisse überhaupt keine Rolle spielt. Was aber eine sehr große Rolle spielt, ist die Frage, ob es jetzt bewölkt ist oder ob wir blauen Himmel haben. Im Augenblick ist es hier durchgehend überall bewölkt. Das heißt, die Temperaturen sind also auch sehr maßvoll. Wir könnten aber genauso gut stickig heiße Temperaturen haben, und dann würde ich mit Sicherheit nicht mit Jackett hier sitzen, aber wenn eben jetzt die Sonne scheinen würde, wenn wir seit einigen Tagen eben durchgehend blauen Himmel hätten. Deshalb ist doch eigentlich die naheliegende Frage, wie ist das eigentlich im weltweiten Maßstab? Hat die Bewölkung zugenommen, hat sie abgenommen, gibt es da also irgendwelche Schwankungsbreiten? Wobei die wichtige Größenordnung eigentlich nicht die Bewölkung ist, sondern das, was übrig bleibt, nämlich der blaue Himmel. Bewölkung und blauer Himmel werden beobachtet, erst seit dem Zeitpunkt, also im weltweiten Maßstab erst beobachtet, seitdem wir Satelliten haben, die das können. Denn vom Erdboden aus können sie keine Aussagen machen über irgendwelche Bewölkungsanteile, außer von dem Kegel, den sie zufälligerweise gerade über sich sehen. Solche Satelliten zur Wolkenbeobachtung gibt es seit 1983. Und seit 1983 gibt es auch ein internationales Wolkenforschungsprogramm, das diese Satellitendaten auswertet. Und aufgrund dessen wissen wir, dass der Anteil des blauen Himmels von 1983, also dem Startjahr, bis 1987 zunächst ein Stück weit gesunken ist, um dann von 1987 aus dem bisher beobachteten Minimum bis zum Jahr 2000 immer mehr anzusteigen. Sie haben also eine Zeitphase von 13 Jahren und in dieser Zeitphase von 13 Jahren haben Sie einen Anstieg des blauen Himmels vom Ausgangspunkt ausgerechnet von über 18%. Das ist eine gigantische Größenordnung. Wenn also jetzt die Sonnenanstrahlung deshalb, weil der Anteil des blauen Himmels um 18% gestiegen ist, zum Boden eben auch viel, viel stärker wird, dann müssen doch die Temperaturen am Boden irgendwo ansteigen. Das hat in der deutschen Bevölkerung kein Mensch erfahren, wenn er nicht zufälligerweise gerade die von uns veröffentlichten Studien gelesen hat. Die Kinder haben es nicht erfahren. In Kindern hat man eingetrichtert, dass lege am CO2. Seit dem Jahr 2000 ist jetzt der Anteil des blauen Himmels etwas zurückgegangen und es haben dann die Klimaforscher anschließend gesagt, der Klimawandel macht Pause. Was die kurzfristigen Trends angeht, also die sich jetzt vom Menschen in seiner Lebensspanne überschaubaren Zeiträumen abspielt, also innerhalb von Jahrzehnten, sind es tatsächlich die Wolken, die jetzt hier den wesentlichen Anteil haben. Wenn es jetzt um erdgeschichtliche Zeiträume ginge, dann gäbe es andere Einflussfaktoren, die auch noch einen kleinen Einfluss hätten, nämlich zum Beispiel die Bahneigenschaften der Erde, die in den sogenannten Milankovic-Zyklen beschrieben sind. Aber wie gesagt, die Milankovic-Zyklen spielen für das, was wir im Augenblick politisch diskutieren, absolut überhaupt keine Rolle. Da geht es nach dem, was ich überblicken kann, wirklich nur um Bewölkung oder Nichtbewölkung. Die sogenannten Treibhausgase, die in Wirklichkeit infrarotaktive Gase heißen, und den Begriff Treibhausgase gibt es weder in der Physik noch in der Chemie. Diese infrarotaktiven Gase haben keine Bedeutung, wenn man davon absieht, dass sie eben, wie ich vorhin schon gesagt, eben den Planeten kühlen. Nun, die Tatsache, dass die Bewölkung lokal dort, wo sie aufzieht, die Temperaturen kühler werden lässt, ist ja unsere tägliche Lebenserfahrung. Die Beobachtung, dass im weltweiten Maßstab die Bewölkung sich verändert, das ist eben jetzt das Ergebnis der Forschungsarbeit von verschiedenen Weltraumbehörden, darunter insbesondere eben auch der NASA und diesem Internationalen Forschungskremen ISCCP, das steht für Internationale Satellitengestütztes Wolkenforschungsprogramm, die das eben seit ungefähr 1983 eben dann beobachtet und ausgewertet haben. Mit dem Leiter dieses Wolkenforschungsprogramms, einem Professor William Rosso aus New York, haben wir korrespondiert. Das heißt, von daher sind also jetzt die Dinge, die wir dazu aussagen, eben jetzt nochmal abgesichert, wobei natürlich die Dinge, die ich jetzt zur physikalischen Zusammenhänge aussage, immer vorher abgeklärt sind mit dem Kreis der mit mir zusammenarbeitenden Naturwissenschaftler. Ich werde eben, wie Sie angangs gesagt haben, als Diplomkaufmann sicherlich nicht auf die Idee kommen, hier eigenständige physikalische Theorien auszurollen. Da stecken jetzt viele Fragen drin in der einen und ich will jetzt versuchen, einen Teil davon zu beantworten. Der erste Punkt, die Frage, wie eigentlich jetzt Atmosphären mit verschiedenen Anteilen beziehungsweise eben mit den grundsätzlichen Einmischungen von infrarotaktiven Gasen oder ohne solche Einmischungen sich verhalten, ist vor allem von dem Ingenieur Heinz Thieme untersucht worden, den Sie ja eventuell auch noch besuchen werden. Und der hat also eine absolut brillante Ausarbeitung dazu geschrieben um 2005, die ich nur jedem empfehlen kann, der in diese Thematik tiefer einsteigen möchte. Mir ist wiederholt unterstellt worden, unter anderem auch von unserem großen Klimaforscher Rahmstorf, dass ich behauptet hätte, bei steigendem CO2-Anteil müsste jetzt die Erde kühler werden, weil ja nun die Treibhausgase diese kühlende Wirkung hätten. Diese Aussage habe ich nie gemacht. Ich werde den Teufel tun und Aussagen treffen, die ich nicht anschließend dann sofort belegen kann. Und um jetzt tiefergehend einzusteigen, welche Detailrolle unterschiedlich infrarotaktive Gase haben oder was es bedeuten würde, wenn jetzt ein infrarotaktives Gas seine Alternative in der Atmosphäre steigert, wenn die anderen konstant bleiben oder zurückgehen oder sonst etwas, das würde eine gigantische, umfangreiche Forschung erfordern. Vor dem Hintergrund, dass ja hier strömungsdynamische Prozesse in der Atmosphäre laufend stattfinden, das heißt sich die Konzentrationen, die Luftmassen, die Verteilung von Temperaturen, die Verteilung von Energie ständig ändert. Im Grunde genommen ist das völlig müßig, weil wir leben in der Natur. Wir haben die Einflüsse, die die Natur auf uns ausübt, hinzunehmen. Wir können uns allenfalls durch technische Vorkehrungen, zum Beispiel den Anzug oder das Gebäude versuchen, vor den Unbilden so gut wie möglich zu schützen, aber es ist ein Teil unseres Lebens, dass wir eben auch Änderungen des Wetters und Änderungen von verschiedenen statistischen Sichten, die eben jetzt Wetter rückwärtsgerichtet betrachten, damit kommen wir zum Begriff Klima, die das ausmachen. Für mich und für die Aufklärungsarbeit, der ich mich verschrieben habe, ist es einzig und allein ausreichend, darauf hinzuweisen, dass eben nach dem wissenschaftlichen Kenntnisstand der Atmosphärenfachleute, der die Kühlung der Erde durch die sogenannten Treibhausgase bewirkt wird. Die erste diesbezügliche quantitative Abschätzung, die wurde bereits 1917 von einem William Henry Dines, einem britischen Meteorologen und Ingenieur, veröffentlicht. Und der ging damals davon aus, dass die Wolken und die Atmosphäre zusammen eine Abstrahlung ins All, bezogen auf jetzt die Gesamtabstrahlung der Erde, von 78 Prozent bewirken würden. Die modernen Zahlen, die insbesondere von den amerikanischen Atmosphärenphysikern Jeffrey Keel und Kevin Tranworth 1997 dann publiziert wurden, die würden, wenn man sie in Prozent umrechnet, was ich getan habe, dann lauten, 13 Prozent strahlen die Wolken ab, 70 Prozent die Atmosphäre zusammen, also 83. Wir haben also 78 Prozent, die Zahl von 1917 von Dines und sogar 87 Prozent, Entschuldigung, 83 Prozent, so was. 83 Prozent die moderne Zahl von Kiel und Tranworth, wobei eben wie gesagt 70 Prozent zugeordnet werden der Atmosphäre und damit den infrarotaktiven Gasen. Die Herren Klimaforscher haben die Angewohnheit, immer dann, wenn sie unter Druck geraten, weil wieder irgendetwas Ernstes aufgeflogen ist, sich zerknirscht in Selbstkritik zu üben und dann selbstkritische Anmerkungen aber nur zu Dingen zu machen, die völlig nebensächlich und belanglos sind. Es geht um die Grundfundamente. Ich bin im Augenblick dabei, eine neue Studie vorzubereiten, mit Unterstützung auch von dem schon mehrfach erwähnten Dr. Ralf Zeuschner. Und wir werden also dort unter anderem uns mit der Frage beschäftigen, was eigentlich Pseudowissenschaft ist. Und wir definieren dort für Pseudowissenschaft drei wesentliche Kriterien. Das erste, Pseudowissenschaft arbeitet oder liegt dann vor, wenn mit längst falsifizierten Hypothesen weitergearbeitet wird, sie also nicht ausgesundert werden aus dem Denk- und Analyseprozess, sondern eben stur an ihnen festgehalten wird. Das zweite Kriterium ist, dass untaugliche Methoden benutzt werden, obwohl eben die Untauglichkeit offenkundig ist. Das dritte Kriterium ist, dass Pseudowissenschaften versuchen, ihre Kritiker aus dem Diskurs auszuschließen. Und zwar nicht auszuschließen durch bessere Argumente, sondern auszuschließen durch Machenschaften aller Art, die man eben als unfair, unsauber oder möglicherweise auch kriminell bezeichnen würde. Alle drei dieser Kriterien sind bezogen auf die sogenannte Klimaforschung, soweit sie eben jetzt diese CO2-zentrierte Klimaforschung ist, sind erfüllt. Das bedeutet, dass eben jetzt das, was zum Beispiel bei dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo diese beiden von Ihnen genannten Herrn Rahmstorf und Schellnuber angesiedelt sind, beziehungsweise waren, Schellnuber ist ja mittlerweile pensioniert, dass das eben nicht als Wissenschaft bezeichnet werden kann, sondern wir es eben für Pseudowissenschaft halten, was dort gemacht wird. Das mögen die Herren nicht. Vor allem mögen sie es nicht, weil sie ein Budget haben, das ihnen erlaubt, 300 Leute zu beschäftigen. Ich bin der Auffassung, dass dieses Budget falsch angelegt ist und der deutsche Staat gut daran täte, dieses Geld für komplett anderes auszugeben, beziehungsweise, was noch besser wäre, ist, den Bürgern zurückzugeben. Also wir reden von dieser sogenannten Klimawissenschaft, eher von einer Pseudowissenschaft. Wir halten das Ganze für Pseudowissenschaft. Sie müssen sehen, es sind ja hunderttausende von sogenannten Klimafolgen alleine beschrieben worden. Da wurden Abermilliarden ausgegeben, um eben diese entsprechenden Narrative herzustellen. Es wurden zum Teil Umfragen gemacht von der Bundesregierung, von der EU-Kommission, von anderen, mit denen jetzt in der Bevölkerung nachgeprüft wurde, mit welchen alarmistischen Begriffen sie am ehesten zu erschrecken und aufzuscheuchen sind. Es wurde beispielsweise jahrelang immer wieder danach gefragt, ob die Leute sich jetzt mehr ängstigen vor Klimawandel oder vor Erderwärmung. Man hat festgestellt, es gibt also Staaten in Europa, wo also jetzt die Bürger verschreckter reagieren, wenn Erderwärmung gesagt wird, und es gibt andere, wo sie verschreckter reagieren auf das Wort Klimawandel. Entsprechend werden die politischen Aussagen dem angepasst. Ich würde sogar weitergehend fragen, Phase oder Pharis? Im letzten Jahr hat der DWD eine ganz große Nachricht herausgebracht, etwa in der Zeit, die sie genannt haben, und zwar mit einem neuen Hitze-Rekord in Gallenkirchen. Jetzt kennt aus ein paar Fachleuten Gallenkirchen eigentlich kein Mensch. Gallenkirchen ist ein NATO-Fliegerhorst, früher von der britischen Rheinarmee genutzt, beziehungsweise der britischen Luftwaffe, direkt an der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Und dort wurde also dann im letzten Jahr eine Temperatur festgestellt von knapp über 40 Grad. Jetzt muss man Folgendes wissen. Gallenkirchen ist überhaupt keine Station des DWD, sondern nur deshalb, weil eben dort ein Fliegerhorst ist und eben die, die für die Luftsicherheit zuständigen, eben meteorologische Aussagen brauchen, dass dort eben jetzt Wetterbeobachtung betrieben wird. Der DWD hat dann behauptet, dass also dieser Temperaturrekord, einen vorherigen Temperaturrekord, der einige Jahre älter war, in den Schatten stellt, der in Kitzingen gemessen wurde, im Franken. Nun muss man Folgendes wissen. Die Temperaturen in der Atmosphäre, die nehmen ab, je weiter man nach oben geht. Man muss also bei einer Temperatur immer wissen, in welcher Höhe ist sie eigentlich gemessen worden. Die Wetterstation in Gallenkirchen hat nun nach der entsprechenden Übersicht, die man beim DWD abrufen kann, eine Höhe von 80 Meter über Grund. Die Station in Kitzingen, die tatsächlich eine DWD-Station ist, hat eine Höhe von 193 Meter über Grund. Das heißt, dazwischen liegen 113 Meter. 113 Meter bei trockener, warmer Luft bedeutet aber, dass sie einen Temperaturunterschied haben von ungefähr einem Grad. Da der letzte Temperaturrekord, der in Kitzingen gemessen war, aber nur 0,3 Grad, glaube ich, niedriger lag, als dieser neue angebliche Temperaturrekord in Gallenkirchen, bedeutet das, dass man eben jetzt dieses eine Grad Temperaturunterschied nur durch die unterschiedliche Höhe hier dagegen rechnet, dass in Wirklichkeit die Gallenkirchen der Temperatur um mehr als ein halbes Grad schlechter oder niedriger gewesen ist, als der vorherige Temperaturrekord. Das heißt, es werden hier vom DWD, der ja viele Meteorologen beschäftigt, die das genau wissen müssen, das ist für die dann tägliches Handwerkszeug, die Abhängigkeit der Temperaturen von der Höhe zu kennen, dass hier die Bevölkerung im Grunde genommen plump belogen wird. Ja, und wenn Sie Garmisch-Partenkirchen erwähnen, Sie erinnern sich vielleicht, dass da vor inzwischen auch wieder etlichen Jahren eine schlimme Katastrophe stattgefunden hat im Sport. Da hatte nämlich irgendein Veranstalter jetzt Extremsportler eingeladen, einen Lauf durchzuführen mit Klettereinlage, wo also jetzt die Leute unten auf Bodenniveau starten und dann die Zugspitze hochklettern sollten. Und das eben möglichst schnell. Aber bei diesem Höhenunterschied, der eben jetzt zwischen dem Bodenniveau und dem Gipfelniveau, beziehungsweise der Station, wo die dann hinlaufen oder klettern sollten, liegt, haben Sie eben einen Temperaturunterschied, der eben jetzt irgendwo bei 15 bis 20 Grad gelegen haben muss. Ich kenne jetzt die genauen Höhenstufen dort nicht. Tatsache ist, dass mehrere von den Sportlern in einen lebensbedrohlichen Zustand gerieten. Zwei sind verstorben aufgrund dieses Ereignisses. Warum? Weil sie eben jetzt die entsprechende Temperaturabnahme mit der Höhe nicht einkalkuliert hatten beim Auswählen ihrer Bekleidung. Sie schlicht unvorbereitet waren, die Veranstalter auch nicht darauf geachtet haben. Ja, und dann sind sie erfroren. Gewisse Temperaturschwankungen sind ja normal. Und zwar deshalb, weil wir eben ja auch Schwankungen haben in der Energiezuführung zum Boden. Stichwort blauer Himmel. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wenn Sie jetzt mal in den Alpen und die Alpen, wir haben weltweit 200.000 Gletscher. Davon haben wir 5.000 Gletscher in den Alpen. Wir haben in der Schweiz 2.000 und in Deutschland haben wir 5.000. So, wenn wir also auf unsere 5 Gletscher schauen, dann ist es so, dass diese Gletscher sich eben in den letzten Jahrzehnten etwas zurückgezogen haben. Ja. Und was kommt zum Vorschein? Nicht nur bei diesen Gletschern, sondern allen in den Alpen, wenn sie sich zurückziehen? Baumstümpfe aus der Römerzeit. Da auf Eis bekanntermaßen keine Bäume wachsen, sondern eben nur auf einem unbedeckten Boden, heißt das, dass in der Römerzeit dort, wo jetzt zuletzt Gletscher noch gelegen hatten, eben überhaupt keine Gletscher existiert haben. Das heißt, damals war es wärmer und die Baumstümpfe sind ein Beweis dafür, dass wir im Grunde genommen nichts anderes haben als ein Normalgeschehen. Ja gut, es wird in manchen Jahrhunderten vielleicht etwas wärmer, in manchen etwas weniger. Das mag in Teilen der Landwirtschaft bereits Auswirkungen haben, aber für das Wohlergehen der Gesamtbevölkerung ist das eigentlich belanglos. Wir stellen uns darauf ein. Wir haben es in der Hand, ob wir zwei Pullover übereinander tragen oder nur einen. Es ist ein interessanter Aspekt, nachdem man was die Gletscher in den Alpen erwähnen sollte. Wie gesagt, es gibt 200.000 Gletscher weltweit, es gibt 5.000 in den Alpen. Es wurde also bereits im Jahr 2003 von einem britischen, sehr anerkannten Gletscherwissenschaftler namens Roger Braithwaite eine Übersichtsstudie veröffentlicht, in der er eben jetzt andere Studien ausgewertet hatte, die sich eben mit dem Rückgang oder mit dem Anwachsen von Gletschern beschäftigt haben. Und das Ergebnis dieser Studie war zunächst einmal, dass überhaupt nur eine winzige Anzahl von Gletschern so gut und so lange vermessen worden war, dass man überhaupt über die Eismassen irgendwelche vernünftigen Abschätzungen machen konnte, inklusive der Eismassenentwicklung. Meistens werden ja dann Fotos gezeigt, die eben jetzt alt sind. Die zeigen, der Gletscher hat früher weiter nach unten gereicht und ist jetzt eben nicht mehr ganz so weit nach unten reichend. Wie gesagt, durchaus sind hier entsprechende lokale Änderungen, die jetzt hier beobachtet werden können. Es kommt ein spezieller Punkt bei den Alpengletschern dazu. Wenn das Eis chemisch analysiert wird, stellen wir also, oder stellen die entsprechenden Labors bei jeder dieser Messungen fest, dass also jetzt diese Alpengletscher einen relativ hohen Rußanteil enthalten. Das kommt zu einem großen Teil, so wird gesagt, von den Skiliften. Und bedeutet das eben durch diese schwarzen Partikel, die sich eben jetzt auf dem Eis befinden, weil dieses Eis eben auch sichtbares Licht aufnehmen, absorbieren und in Wärme umsetzen kann. Aber man muss wissen, Eis ist für das menschliche Auge, das ja nur im sichtbaren Licht sieht, absolut weiß. Es wird also nahezu alles reflektiert. Im infraroten Bereich ist Eis aber absolut schwarz. Das heißt, die sämtliche Infrarotstrahlung wird aufgenommen. Aber es wird eben dann, wenn jetzt die, ja, das Eis Rußanteile enthält, eben sehr viel auch von dem sichtbaren Licht aufgenommen und entsprechend umgewandelt. Das heißt, hier schmilzt es tatsächlich etwas schneller ab. Nur hat das eben nichts zu tun mit CO2. Aber man könnte von einem menschengemachten oder menschenbefeuerten Erwärmung sprechen, dadurch, dass, wie gesagt, diese Skilifte, dieser Ruß, der die Welt hier genauso rumschwirrt wie sonst wo, das Eis dunkler macht in dem Sinne, schwärzer und somit der Erde Wärme hinzufügen kann. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es kommt also ganz stark darauf an, dass wir die Begriffe richtig definieren, dass wir eben wirklich ein gemeinsames Verständnis haben, was diese Begriffe bedeuten sollen. Klima ist eine statistische Sicht auf Wetterdaten der Vergangenheit. So, Wetter ist etwas, der Zustand der Atmosphäre an einem Ort zu einem Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt eben ein paar Wetterdaten habe, die zum Beispiel diesen Ort hier zum Zeitpunkt vor fünf Jahren beleuchten, dann kann ich aufgrund der Wetterdaten mir sehr genau vorstellen, was eben jetzt hier stattgefunden hat. Ob es gehagelt hat, ob ein Tornado war oder ob die Sonne geschienen hat. Ich kann Wetterdaten aber nicht geografisch mitteln. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt beispielsweise zwischen Berlin und Boston oder Berlin und Beijing irgendwelche Mittelwerte der Temperaturen bilden will. Weil mit einem Mittelwert der Temperatur zwischen Boston und Berlin könnte ich nicht mehr rekonstruieren, welcher Zustand an jedem dieser beiden Orte tatsächlich früher gewesen ist. Wenn ich jetzt den Klimabegriff als ein örtliches Klima betrachten will, dann würde es wieder einen gewissen Sinn geben zu sagen, ich mittele jetzt eben entsprechende Wetterdaten der Vergangenheit zumindest eben jetzt für einen Ort oder für ein kleines Regionalgebiet. Beispielsweise eben hier um Oberhaching oder eben jetzt dort, wo irgendwo ein Gletscher liegt. Und dann kann ich natürlich sagen, es ist dort aus irgendwelchen Gründen wärmer geworden. Es ist in geilen Kirchen wärmer geworden, weil man einen Flugplatz gebaut hat mit großen Asphaltflächen. Und es ist also im Umfeld von Paris wärmer geworden, weil eben jetzt die Stadt in die Außenbezirke reingewuchert ist und dort, wo früher eben grüne Felder und Wälder gewesen sind, eben jetzt Steinbauten stehen. Die Franzosen lieben ihren Beton. Anderes Thema. Gut, das heißt, der Mensch kann lokal tatsächlich eben das lokale Klima beeinflussen. Er tut das, indem er Städte baut. Er tut das, indem er Sümpfe trocken legt. Denken Sie an Nordisrael, Galiläa, wo eben jetzt die jüdischen Zuwanderer das eben in den frühen 1900er Jahren dann eben massiv betrieben haben. Der Mensch verändert das lokale Klima, indem er Bewässerungssysteme schafft und die Feuchtigkeit, die verdunsten kann, bei einem vorher knochentrockenen und heißen Boden eben entsprechend erhöht. Das heißt, hier sind Einwirkungsmöglichkeiten lokaler Art da, die aber eben betrieben werden, weil der Mensch genau das wünscht. Nur, und damit eben das Kernthema zurückzuholen, wegen dem Sie ja diese Dokumentation überhaupt gemacht haben, das CO2 hat auf all das überhaupt keine Auswirkungen. Also was die Anfeindungen mir persönlich gegenüber angeht, sind es also vor allem Beschimpfungen im Internet, wenn ich mich dort also wieder in der einen oder anderen Form geäußert habe. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten Monaten noch eine neue Studie herausbringen und ich bin sicher, dass dann also wieder der Teufel los sein wird. Was subtiler und weniger leicht zu erkennen ist, ist, dass ein Klima der Angst gelegt worden ist über die gesamte Bevölkerung, über die Leute, die sich normalerweise jetzt mit politischen oder mit wirtschaftlichen Themen zu Wort melden würden und denen man jetzt also über viele Jahre hinweg bereits beigebracht hat, dass es also höchst unanständig ist, gegen den offiziellen Klimakurs, dem also von dem Menschen gemachten CO2-Klimawandel, den man bekämpfen kann und muss, indem man die Industrie abwirkt, dagegen anzugehen. Vor allem gilt das also jetzt beispielsweise auch für die Industrieverbände. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie beispielsweise gesprochen und dort wurde mir schon vor zehn Jahren ungefähr signalisiert, dass man also sich dem Thema der Klimadebatte nicht widmen will, weil man den Zug für abgefahren hält und weil man also jetzt Bedenken hat, sich da irgendwo gegen den Mainstream aufzustellen, der damals ja schon in der Richtung von Politik und Medien und eben der staatsbezahlten sogenannten Wissenschaft, Pseudowissenschaft getrieben wurde. Inzwischen ist durch die Beschlüsse der EU-Kommission die deutsche Autoindustrie praktisch vernichtet worden. Die Bevölkerung hat das nur irgendwie nicht mitgekriegt. Es ist alleine im Bundestag die AfD gewesen, die sich dort massiv dagegen gestellt hat. Alle anderen Parteien haben die EU-Beschlüsse entsprechend durchgewunken. Die bedeuten, dass eben jetzt Fahrzeuge, die eben jetzt mit Verbrennungsmotoren arbeiten, aufgrund von nochmal heruntergeschraubten CO2-Abgasnormen, gerechtfertigt durch die Rettung des Weltklimas, dass die gar nicht mehr produziert werden können. Das heißt, alles, was die Autoindustrie in Deutschland aufgebaut hatte, über viele Jahrzehnte mit Hunderten von Milliarden an Werbe, an Marketingmitteln, eben das Image der besten Autohersteller der Welt zu schaffen, überall in der Welt. Die Produktionsanlagen, die Zulieferer, all das wird zerstört, mutwillig, weil man also jetzt von ideologischer Seite sich in den Kopf gesetzt hat, irgendwelche andere Mobilität zu haben und im Übrigen der Masse der Bevölkerung gar keine Mobilität mehr zubelegen will. Die sollen gefälligst Bus und Bahn fahren, wenn dann eben irgendwo Bus und Bahn verkehren. Fliegen sollen die Leute auch nicht mehr, weil es eben schädlich ist. Nur ganz bestimmte Leute, die Klimaprominenz gewissermaßen darstellen, dürfen natürlich fliegen. So, was heißt das? Wir haben einen gigantischen Schaden, aber die Leute, die sich gegen diesen Schaden wehren müssten, also vor allem Unternehmer, Vorstände von großen Aktiengesellschaften, von Daimler, von VW und Ähnlichem, werden im Grunde genommen mundtot gemacht. Jetzt bettelt die Autoindustrieunternehmen im Augenblick darum, dass der Staat Subventionen zahlen soll in Form von Abwagprämien. Man hat sich also einem Gesamtsystem, einer komplett verblödeten Idee, nämlich dass jetzt also die CO2-Emissionen der Fahrzeuge unterdrückt werden sollen, da hat man sich unterworfen und bettelt jetzt darum, irgendwo ein paar Krümel zu bekommen, um eben diese einst mächtigen und für viele Millionen Deutscher ja letztlich existenzwichtiger beruflicher Tätigkeit, die eben jetzt dann irgendwie wenigstens teilweise am Leben halten zu können, durch Abwagprämien für absolut intakte Autos, so wie ich sie zum Beispiel fahre und siehe auch. So, das ist im Grunde genommen schändlich. Es ist etwas, was für mich als Unternehmer, der ich ja eigentlich jetzt in diesem Bereich beratend tätig werden möchte und tue, natürlich eine entsprechende Behinderung darstellt, hätte ich damals aus irgendwelchen Gründen mich entschieden, den charakterlosen Weg zu wählen und eben jetzt für Klimawandel und für Klimaschutz aufzutreten und zum Beispiel den 11.300 Kommunen, die wir haben, zu helfen, Klimaschutzkonzepte zu erdichten, mit denen sie CO2 sparen wollen, was übrigens vom Bundesumweltministerium dann auch subventioniert wird. Dann hätte ich mit Sicherheit dort viel Geld verdienen können. Also, es wird durch mehrere Verhaltensweisen geblockt. Zunächst mal ist es so, Land der Meinungsfreiheit ist gut, aber das Ganze hat sich im Grunde genommen jetzt in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr transformiert. Es sind Meinungen hochwillkommen und auch wenn sie total unbegründet sind oder totaler Stuss geredet wird, sind sie hochwillkommen, wenn sie eben jetzt eine bestimmte Gesinnung dokumentieren. Wenn sie aber eine kritische Meinung bringen und die sogar wissenschaftlich präzise begründen, Quellen nennen, Beobachtungen oder Experimente zeigen, die eben jetzt diese Mainstream-Meinungen und Behauptungen und Ideologien angreifen, dann wird sofort ein Reflex ausgelöst, dass das also jetzt verboten, dass es schädlich, dass es unsauber, dass es gesellschaftlich irgendwie ungewollt ist. Es werden also beispielsweise Begriffe eingeführt, wie etwa der des Klimaleugners. Neuerdings gibt es also auch den Virusleugner, das geht in die gleiche Richtung, so ähnlich wie es den Holocaustleugner gibt, ein Begriff, der vorher geprägt worden ist, der ganz klar negativ belegt worden ist und zwar aus Gründen, die jetzt vom Moralischen her absolut nachvollziehbar sind. Nur, dass jemand eine wissenschaftliche Meinung nicht mehr nennen soll, weil er sonst eben dann ein Leugner wäre, so wie ein Holocaustleugner, das ist absolut unakzeptabel nach meiner Meinung. Oder es wird, das ist eine weitere Killer-Phrase, die äußerst beliebt ist, es wird derjenige, der jetzt eben aufzeigt, dass eben jetzt diese Ideologie vom Klimawandel dazu führt, dass einige Leute prächtig verdienen und dass eben jetzt hier offenbar ideologische Konzepte verfolgt werden, der wird als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Nun gibt es ja nun Verschwörungstheorien, die absolut übel sind und letztlich die schlimmsten Entgleisungen des menschlichen Geistes aufzeigen, etwa die Behauptung, die Amerikaner hätten jetzt das World Trade Center selber zu Fall gebracht und nicht irgendwelche Terroristen mit Flugzeugen. Diese ganzen Denkansätze sind derartig krude und schwachsinnig, nur haben sie eben mit einer wissenschaftlichen Kritik und auch einer politischen Kritik an bestimmten Umtrieben, die jetzt selbst dem fünfjährigen Kind im Kindergarten beibringen sollen, an Naturwissenschaft, die auf den Kopf gestellt worden ist. So etwas hat ja damit nichts zu tun. So, man erklärt es für Böse, man erklärt die Leute zu Feinden, die jetzt dagegen auftreten. Presseorgane haben sich offensichtlich abgesprochen, von der britischen BBC weiß man es, wie es bei den deutschen Medien aussieht, das weiß ich nicht, dass sie eben jetzt Kritiker des Klimadogmas überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lassen. Als ob es nicht Teil der Wissenschaft wäre, aufgestellte Hypothesen immer wieder in Frage zu stellen. Was eben bei den Treibungshypothesen damit anfängt, ich hatte es ja gerade getan, zu fragen, wo sind eigentlich die Gleichungen? Das dürfen sie hier nicht mehr. Also ich glaube, das Erste, was erreicht werden muss, ist, dass wir uns bewusst werden über den Verlust der Meinungsfreiheit. Also damit knüpfe ich genau an dem an, was Sie zuletzt gefragt hatten, vorher. Der Tatsache, dass eben jetzt das Äußern von kritischen Meinungen zunehmend als böse dargestellt wird und ein moralischer Maßstab aufgebaut wird, dass also jetzt jeder, der was Falsches sagt, das Schmuddelkind ist, mit dem nicht gespielt werden darf. Das muss weg. Wir müssen wieder dazu kommen, zu den Werten der Aufklärung, dazu, dass danach gefragt werden darf, was ist, und danach gefragt werden darf, ob das, was gesagt wird, eben wirklich überhaupt richtig ist. Es ist vollkommen egal, ob etwas jetzt von großen Wissenschaftlern oder riesigen staatsfinanzierten Instituten mit Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden von Mitarbeitern, von ganzen Brigaden oder Divisionen von Klimaforschern gesagt wird, oder ob es, wie bei Andersens Märchen des Kaisers Neue Kleider, das Kind es ist, das eben jetzt eine Frage stellt. In der Wissenschaft zählt nur das Argument. Und Argumente sind vorhanden. Die Medien, die Politiker, haben sich jetzt jahrelang geweigert, sie zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn ich mir etwas wünsche, ist es, dass eben diese entsprechende Selbstblockade aufgegeben wird und dass die Menschen wieder bereit sind, sich kritische Positionen anzuhören und dann aufgrund dessen neu zu bewerten und neu zu entscheiden. und dann aufgrund dessen und dann aufgrund dessen